herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren folge von neo 2 hier bei dem großen boss wo wir gescheitert sind vielleicht wird das hier eine kürzere folge vielleicht immer jetzt ein bisschen schlauer aber hey mal gucken wie weit wir kommen ich würde sagen wir starten direkt durch letzte go ich würde sagen wie du dann die unten gleich ausgrenzen einfach dran vorbeirennen oder willst du ausschalten mein pfeil habe ich jetzt auch keine mehr gut leute ja also hier ist auch wieder christian 3.000 und natürlich rolf und haguer kurz vorab 105 92 105 ist das gleiche was hast du da 77 so ich könnte ich muss ein bisschen abstand halten hier ist weg auch Oh! Ich hab echt aufpasst, dass wir nicht frissen werden. Ich glaube, ein bisschen macht hier nicht viel Sinn. Ah, ich komme ja nicht weg. Ah, der macht Gift. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Boah, Mann, ich bin doch ausgewichen. Nein, in der Fresse. Oh, das kriegt er mich mit einheben. Ja, Mann. Was ist denn? Achtung, Längeraufstrahl oder was auch immer das sein soll. Okay, der ist gleich wieder gestand. Oh, der war knapp, ne? Haha. Ah, Misty, haben wir... ...team... 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 ...erwischt. Der hat mich nicht gefressen wegen uns. Ne, gefällt mir nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber ich habe ihn leider nur ein bisschen erwischt. Ah, Scheisse. Ah, Scheisse. Ah, Scheisse, bin tot. Scheisse, Scheisse, Scheisse. Andere Seite. Auf mich Fokus. Auf sich wieder Fokus. Ah, Scheisse. Boah, er hat mich gefressen. Okay, aber ich habe es überlebt. Ich muss mich zurückziehen. Letzte Heilung. Verdammte Kacke. Ah, Scheisse. Ich muss jetzt ein bisschen die... ...abmerksamkeit auf dich lenken. Hm, 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 hm. Ich versuch's. Ja, toll. Ja, dann kann ich nichts beeinflussen. Sorry. Schon gut, alles gut. Ich habe sie überlebt. Ich habe sie überlebt. Ich habe sie überlebt. Ja, ich habe sie überlebt. Ja, ich habe sie überlebt. Fuck, come on. Ich bin tot. Ja, genau in dem Moment kommt der scheiß Fuß runter. Aber das war knapp. Ja, wir haben uns gut geschlagen. So. Definitiv. Also... Ja, dass der einfach... Wir können mal gucken auf die Ausrüstung, die wir eingesammelt haben. Vielleicht können wir da mal noch was checken. So. Ob sie vielleicht eine Waffe haben, die vielleicht ein bisschen mehr Schaden austeilt. Nee, waffentechnisch bin ich nicht gerade so auf dem Stand. Bogen bringt mir auch nichts. Rabenflügelgewehr. Jetzt setze ich mal ein. Vielleicht ist das ja besser. So. Hier haben wir eine Maske. Was haben wir hier oben? Ne. Das seht ja nicht total scheiße aus. Ja, ist doch egal. Komm. So. Okay. Irgendwie sehen wir gleich aus, oder? Du hast die letzte beschworen, oder? Dann mache ich das jetzt. Ja. 91. 100. 90. Das war's schwierig. Okay. Okay. Kannst quoi? Springen? In die Vert видно ist. Ja. Kann man so sagen. Ich renn nach rechts, oder links. Um alles abzulenken. Ach, das gibt's doch nicht. Die Sprungattacken, das ist so nervig. Das scheiß Wein, ey. Kurset Akkus weg. Wah. Ja, genau, ich hab gebrocht. Das ist so sinnlos. Ja, jetzt kann ich mich schon wieder zweimal haben. Oh, nein, nein. Oh, das ist... Oh, das ist Schreiner. Ey, Mann, wieso trifft mich das doppelt zuhaut, ey? Hat mich geflasst, bin tot. Oh nein, hab sie verlebt. Jetzt bin ich gerade tot. Da konnte ich nichts mehr machen. Ja, hinter dir. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh mein Gott. Hast du noch Tadisman? Äh, Tadisman für Heilungen habe ich keine. Sollte ich vielleicht doch mal irgendwie mal organisieren. Alles käme ich hin. Nein. 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 Das gibt's doch nicht. Bin gestorben. Okay. Okay. Was ist? Das ist so oft hochgesprungen. Oh. Oh. Okay. Ui Ui Uuuu Er hat mich aus Zielen und ich habe keine Heilung mehr. Ah, danke. Jetzt hast du mir Zeit verschafft. Achtung! Alles gut, alles gut. Ich habe die ganze Zeit mal geballert, die Munition, die ich hatte. Achtung. Wieder auf sich fixiert. Ich habe keine Munition mehr. Zurückziehen. Aha! Nein, er hat mich gefressen. Ich sterbe. Oder? Ja. Nein, ich habe mich nur so kurz davor. Mann! Okay, das geht ja viel besser. Ja, es ist, die Reichweite ist halt immer so bekloppt. Bis zum geht nicht mehr. Bei dem... Ich habe noch mehr Munition. Sehe ich gerade. Gut. Ich weiß auch nicht, was zu viel Munition zu haben. Gut. Toll, ist nur noch einer hier. Egal. Platz hat es nichts. Oh, genau. Hier. Gehe gerade runter. Ja. Noch nicht fixiert. Ich habe noch eine Ausdauer. Ich habe nicht. Jetzt habe ich nicht aufgejaven. Alter... Jetzt musst du... Okay, ich bin das Ziel. Ich schenke ihn ruhig ab. Da will man gleich heilen. Und dann kommt der Scheiß... Jetzt kommt er nochmals. Echt jetzt? Das ist warum, dass er nicht mehrmals machen kann. Weil mir dabei eine Leer ist. Kann man nicht dazu, das zu machen? Ja. Am besten die Munition bis zum Ende aufsparen. Ja. Das tut mir nicht. Ich muss es aufgeben. Na, auf mich vorwärts, okay. Na, auf mich vorwärts. Na, auf mich vorwärts. Ja. Na, auf mich vorwärts. Ja. Ja. Ich bin auch tot. Der eine Schlag... ...krieg ich nie... ...richtig... ...gebacken. Genau, genau. Die zwei. Wenn du doppelt getroffen bist... ...dich? Das tut weh. Dich? Ja. Mach du. Ja. Ich weiß. Ich weiß aus. Kein Key. Piu. Wieder auf dich. Ich weiß nicht. Ernst jetzt. Was? Was? Ah, come on! Ich bin in ihm drin. Ja, ich kann dich nicht mehr wiederbeleben. Ja, ich kann dich nicht mehr wiederbeleben. Hatte sich wieder geheilt? Hatte ich vorher... ...nicht so viel. Ey, das ist... ...der erste Sch... Ich hab geblockt, weißt du? Das ist so traurig. Hm. Okay. Hm 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 hm. Konnte man nicht irgendwie mit irgendeinem Medikament vielleicht... ...die Leiste erhöhen? Zum Wiederåruer... Die Schutzgeistern an dieses Gräber herbei, auf dieses Gegenstand wird natürlich wachsende Fruchten hergestellt, alle acht Jahre einmal genießen. Haufen werden, um einen Fernseher zu hindern, Wegestellungen zu nutzen, muss man auch. Warte mal, ich habe eine Idee. So, probieren wir das einfach mal. Vielleicht hilft es ja. Ja, 92, 105 hier, den hier. Okay. Oh, es kann doch nicht wahr sein, wie... Dann müssen wir ja alle so weit rennen. Viel Schaden macht das Ding nicht. Schnell nach vorne, schnell nach vorne. Oh. 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 Das ist eine Toile. Das ist eine Toile. Das ist eine Toile. Oh Mist, was du? Hm? So. Die haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich es verhäldet habe. Ich weiß nicht, ob ich es verhäldet habe. Ah, Mist. Ich war zu weit weg. Gibst du noch? Halt dich doch! Ich hab also sehr einen Yokai aktiv. Nicht allein. Sieht gut aus, ich hab noch 5 Energie. Schön für dich. Ja, ne, ich mein ja nur. Ich hab auch noch Yokai. Ok, das dampf mir auch nicht hin. Komm her, mach ich mir die Räder, du Sauer. Huch! Nein! 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 Dankeschön. Also gefischt. 2 dann. Ich habe ihn dort erliegt. Habe ich. Sehr schön. Meine Verkäse. Sehen kann. Weißt du was das Traurige ist? Jetzt kommt die Dame dahinten. Jetzt kommt sie. Ich wollte glatt hier. Kommt so plötzlich. Hier, das kommt so plötzlich. Guck mal. Aber geschafft. Geschafft ist. Geschafft ist. Ja. Genau. Ja. Das war's für heute. Mit deiner Stärke werde ich siegen, du machst doch nicht mal was. Genau. So, Mission completed. So. Kyoko, okay. Interessant. Wo sind die anderen Seelenkerne? Zwiennichs Mission, zum Tod hingefügt, der wegt das Christus Veteran, okay. Mach vor, okay. Vieles neues Zeug. Warte, warte, warte. Mal erstmal ein Level absteigen, also aufsteigen. Absteigen. Wir gehen in die Absteiger. Du kannst doch gerne absteigen. So, Seelenkern verwalten. So. Das war der hier, okay. Das ist der. Der ist neu. Ah, okay, das war von dem. Obume, okay. Auch nicht verkehrt. Das ist das da. Okay. Ah, das, okay, das ist der, okay. Hä? Ich habe von jemandem Seelenkerne aufgenommen, aber was ganz anderes rausbekommen. Schade. Gut. Naja, egal. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal offline unsere Sachen hier und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder, wenn es darum weitergeht, wenn es darum weitergeht mit einer wunderschönen, krankhaften Mission. Und, denn wir haben jetzt auf jeden Fall drei Nebenquests vor uns. Die verschwundene Waffe, Lied der Yokai und der kultivierte Unterwäldler und dann das rasende Feuer. Aber das natürlich alles in der nächsten Folge, das rasende Feuer. Ja, könnte es das sein, was ich drauf hoffe? Hm, schauen wir mal. Denn ich habe ja früher mal ein Ziel gehabt. So könnte es hinhauen. Aber das natürlich in der nächsten Folge und somit verabschieden wir uns hiermit und wir machen erstmal eine Pause. Und bis bald, würde ich sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei dir, Rolf, natürlich und an alle Zuschauer, die bis jetzt drangeblieben sind und fleißig mitkommentieren, hoffe ich. Und ja, bis bald sage ich einfach mal. Haut rein und tschüss. Ciao. Ciao.